Oscar-Verliererin Angela Bassett, herzzerreißende Reaktion auf Niederlage live im TV Angela Bassett, 64, hat in den vergangenen Jahren viele Oscar-reife Leistungen vollbracht. 1994 wurde sie für ihre Rolle in Tina, Václav Guto Dovidit, als beste Hauptdarstellerin und 2023 für ihre Rolle in Black Panther, Wakanda Forever als beste Nebendarstellerin nominiert. Doch beide Male gingen sie leer aus. 2023 ging der Preis an ihre Kollegin Jimmy Lee Curtis, 64, als die sie aufgerufen wurde. Waren alle Nominierten zu sehen. Während alle applaudierten, war Bassett die pure Enttäuschung anzusehen. Sie lächelte und klatschte nicht. Der Ausschnitt geht im Netz viral. Die Aufnahme und wie Fans auf ihre ehrliche Reaktion reagieren, zeigen wir im Video. Verwendete Quelle, Twitter.com, Independent Cook.